Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zur potenziellen Aufstellung vom Hamburger SV. Der ASV ist ja in der vergangenen Saison erneut knapp an der Bundesliga gescheitert. Meiner Meinung nach hat man aber daraus bereits jetzt die richtigen Schlüsse gezogen und nun auch schon frühzeitig im Anfangsstadium, eigentlich noch das Transferfenster, sein Kader schon nahezu komplett oder anders gesagt die wichtigsten Baustellen schon mal behoben. Deswegen blicken wir heute mal auf die mögliche erste Elf von Tim Walter zur zweiten Liga. Natürlich aber auch mit dem Blick auf die Baustellen, die man noch so hat, aber natürlich auch darauf, mit welcher Taktik man es nun endlich in die Bundesliga schaffen will. Und natürlich gab es nach dem verpassten Aufstieg erneut Diskussionen, vor allem auch in Fanlagern. Ist es denn jetzt richtig mit Tim Walter weiterzumachen, ja oder nein? Am Ende ist ja die Entscheidung relativ frühzeitig gefallen und für mich ist auch jetzt schon klar, grundsätzlich wird sich beim HSV in Sachen Spielidee nicht wirklich viel verändern. Rein taktisch wird es natürlich auch beim 4-3-3-System bleiben. Ansonsten gibt es natürlich aber auch schon die ersten Neuzugänge. Mit Denis Hatziganulic hat man sich einen neuen Top-Innenverteidiger geholt, mit Ramos genau auf der Position ein für die Breite, mit Estonali und Feray zwei Männer für die Offensive. Und genau daraus basteln wir jetzt mal die neue Startelf. Und ihr seht ja schon, im 4-3-3 planen wir die ganze Geschichte auch und im Tor ist die ganze Story natürlich auch selbsterklärend. Natürlich ist und bleibt Daniel Hoyer-Fernandes die Nummer 1. Klar, sein Vertrag läuft nur noch ein Jahr, da wird man sicherlich drauf und dran sein, diesen auch langfristig verlängern zu können. Aber mit dem Deutsch-Portugiesen hat man, wie ich finde, einen der stärksten Keeper in Liga 2. Natürlich auch jemanden, der mit seinen fußballerischen Fähigkeiten gut zum System von Tim Walter passt. Und ja, natürlich gab es auch mal ein paar individuelle Patzer, sind für mich aber auch ein bisschen der Spielausrichtung geschuldet. Hoyer-Fernandes ist ein richtig, richtig starker Rückhalt. Dahinter ist Matteo Raab die Nummer 2, Tom Mikkel die Nummer 3, Leihrückkehrer Marco Johansson, da hat den HSV ja nun auch endgültig verlassen. Und während es im Tor sicherlich jetzt keine Überraschung für euch gab, was da so passiert, hat sich ja in der Abwehr schon ein bisschen was verändert und es wird sich sicherlich auch noch etwas verändern. Stand jetzt sehe ich rechts hinten weiterhin Moritz Heyer als Stammspieler. Ich denke mal, das ist eine Position, über die man ja beim HSV schon seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten diskutiert. Im letzten Sommer hat man sich ja dort neben Moritz Heyer William Mikkel-Brazis geholt. Für mich war das eine wirklich gute Zusammensetzung aus einer erfahrenen, soliden Lösung mit Heyer und einem, zumindest wurde so angekündigt, Top-Talent aus Frankreich mit Mikkel-Brazis. Nun, ein Jahr später kann man sicherlich sagen, Heyer ist ein solider Zweitliga-Kicker. Ob du mit ihm aufsteigst, ist dann nochmal eine andere Frage als rechter Verteidiger. Mikkel-Brazis hat auf jeden Fall ordentlich Potenzial, bislang noch nicht alles zeigen können. Tim Walter, ja, müsste ihm da vielleicht auch nochmal mehr Vertrauen schenken. Deswegen bleibe ich auch dabei. Ist man hier grundsätzlich mal ganz gut aufgestellt, weil die Zusammensetzung schon eigentlich gut ist. Aber entweder musst du halt wirklich Mikkel-Brazis mehr Vertrauen geben, dass er vielleicht auch Heyer verdrängen kann. Oder du musst dir wirklich nochmal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und einen Topmann verpflichten. Denn, man darf ja auch nicht vergessen, zwar hat man jetzt schon ein paar neue Spieler hinzugeholt, aber das ja auch eigentlich komplett kostengünstig. Öztunali und Ramos ablösefrei, hat Sigardunic erstmal für ein Jahr ablösefrei. Einzige war Ferai, der was gekostet hat mit gut 57.000 Euro, ist aber auch ein Schnapper. Also rein finanziell gesehen hat man auch unglaublich viel richtig gemacht. Und da kann man vielleicht auch dann nochmal für die Position des rechten Verteidigers ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Nämlich auch, weil wir in der Innenverteidigung ja schon eigentlich fertig sind mit der Planung. Sebastian Schonlau als Kapitän der Mannschaft ist natürlich gesetzt und rückt durch die Verpflichtung. Von Dennis hat Sigardunic wahrscheinlich jetzt auf die rechte Innenverteidigerposition, denn der Mann aus Bosnien-Herzegowina übernimmt die linke Seite. Und damit hat man ein Innenverteidiger-Duo, was sich sicherlich sehen kann. Und rein von der Qualität auch nochmal deutlich mehr mitbringt als in der Rückrunde. Klar, ein Mario Vuskovic konntest du und kannst du auch weiterhin nicht 1 zu 1 ersetzen. Mit Javi Montero hat man es irgendwie probiert. Ich glaube, hat Sigardunic, der schon längere Zeit auf der Liste steht, ist auf jeden Fall hier der passende Mann und auch nochmal deutlich besser als Montero. Dahinter hat man natürlich mit Guglielmo Ramos einen neuen Backup-Verpflicht von Arminia Bielefeld. Klar, wenn du Spieler von einem Absteiger verpflichtest, der komplett durchgereicht wurde, kann man sicherlich die Diskussion starten. Ja, bringt das denn einem HSV weiter? Ich bin der klaren Meinung. Für die Kaderbreite mit einem Ramos, der innen und rechts spielen kann, solide verteidigt plus auch am Ball nicht so verkehrt ist, kannst du nicht allzu viel falsch machen. Ein solider Transfer, der auf jeden Fall gut ist. Damit haben wir natürlich die drei Innenverteidiger, die ganz klar eingeplant sind. Stefan Ambrosius darf ja gehen. Und dann gibt es für mich noch ein kleines Fragezeichen bei Jonas David. Denn man möchte sicherlich schon grundsätzlich mal vier Innenverteidiger haben. Aber ob natürlich dann Jonas David sich mit dieser Rolle zufrieden gibt, nachdem er in der abgelaufenen Saison auch viele Spiele von Beginn an gemacht hat, wage ich mal zu bezweifeln. Auch weil der Vertrag des 23-Jährigen nur noch ein Jahr läuft. Ansonsten haben wir noch dahinter zum Beri. Für die Kaderbreite sicherlich auch nicht so verkehrt. Linke Abwehrseite gibt es aktuell nur einen Spieler und das ist Miro Muheim. Sprich, auch er wäre jetzt hier erstmal gesetzt. Der Schweizer wurde ja im letzten Sommer fest verpflichtet, hat ja auch Tim Leibold durch dessen Verletzungen verdrängt. Leibold ist im Winter gegangen. Kaderbach ist gekommen und ich glaube, da hat man schon so ein bisschen gesehen, ja, Miro Muheim ist auf jeden Fall einer, der sich steigern muss. Oder anders gesagt, auch hier hat Hamburg einen gewissen Nachholbedarf. Klar, ein Andresen hat man noch als jungen Spieler. Ein Kiesilowski hat in der Vorbereitung bislang ganz gute Eindrücke hinterlassen. Kann ja in der Abwehr alles spielen. Aber ich denke mal schon, dass man sich in Hamburg im Klaren darüber ist, dass man noch einen neuen linken Verteidiger benötigt. Also das ist schon noch so eine Planstelle, die auf jeden Fall offen ist. Norr Kaderbach würde da natürlich super reinpassen, wird aber natürlich noch ein paar Wochen, Monate fehlen. Und somit muss hier auf jeden Fall Jonas Bolt eine gute Lösung finden und für mich auf jeden Fall auch eine Lösung finden, die dann Muheim verdrängen kann, würde ich auf jeden Fall deutlich vorziehen. Ansonsten sieht die Abwehr wirklich schon jetzt nochmal besser aus, als in der abgelaufenen Saison. Aber, und darüber haben wir ja auch immer wieder diskutiert, das Thema Außenverteidigung bleibt auf jeden Fall erstmal bestehen. Ein weiteres Thema hat man auch auf der Sechser-Position, denn auch dort gibt es in meiner Kaderplanung hier oder in meiner Aufschlungsplanung noch ein Fragezeichen, nämlich hinter Jonas Meffert. Denn natürlich ist der 28-Jährige auch weiterhin ganz klar gesetzt. Der soll der Stammsechser sein. Mit Elia Kran hat man natürlich ein junges Talent, den hätte ich jetzt hier auch hinschreiben können. Ich habe mich aber ganz bewusst für das alleinige Fragezeichen entschieden, denn das ist ja wirklich eine Position, wo Bolt auf jeden Fall noch einen Neuzugang plant. Daniel Elfadli vom 1. FC Magdeburg ist der Wunschkandidat. Aktuell ist es ein bisschen abgekühlt, die ganze Story, weil man sich nicht mit Magdeburg einigen kann. Aber da wird man sicherlich auch andere Spieler noch auf der Liste haben. Also da will man sich auf jeden Fall nochmal besser und breiter aufstellen. Und davor hat man auf jeden Fall auch schon richtig gute Hausaufgaben erledigt. Alleine natürlich mit dem Verbleib von Ludovic Reis. Und natürlich ist er damit auch weiterhin gesetzt. Für mich mit der individuell stärkste Spieler in der 2. Liga. Klar, auch er hat mit seinen 23 Jahren noch Leistungsschwankungen. Aber es ist schon so unglaublich viel wert, dass Reis an Bord geblieben ist. Und das ist einfach nur top aus HSV-Sicht. Deswegen auf jeden Fall auch ganz klar gesetzt. Für mich Laszlo Benesch hier sein Backup. Denn der neue Partner von Ludovic Reis im Zentralmittelfeld ist ja auch schon da. Und das ist Immanuel Feray. Klar, mit seiner offensiven Power kann er natürlich auch mal auf die Flügel ausweichen. Aber ich sehe ihn schon ganz klar auch weiterhin in zentraler Position, wo er ja auch in der abgelaufenen Saison für Eintracht Braunschweig eine wirklich starke Serie gespielt hat. Und auch hier muss ich wirklich sagen, Respekt an die HSV-Verantwortlichen. Natürlich war schon längere Zeit bekannt, dass Feray für unter 1 Million Euro zu haben ist, was bei seinem Marktwert, seinem Alter und seinen Leistungen einfach ein Schnäppchen ist. Und trotzdem hat sich der HSV gegen Bundesliga-Konkurrenz durchgesetzt. Feray selber wollte natürlich auch sehr, sehr gerne diesen Zwischenschritt machen. Erstmal weiterhin in der 2. Bundesliga spielen. Und trotzdem musstest du ihn natürlich auch erstmal überzeugen. Und deswegen sage ich, Top-Transfer. Dahinter natürlich mit Ansi Suhonen noch einen guten Backup. Wie ich finde, um Arme geht, haben wir natürlich auch noch. Plus Levin Özcanali, der ja auf der Position und natürlich auch auf der Rechtsverteidiger-Position als Alternative erstmal eingeplant sein wird. Mittelfeld somit auch abgehakt. Auch da haben wir noch eine kleine Baustelle mit eben einem möglichen Backup für Meffert. In der Offensive, da hat man ja gar nicht mal so viel verändert. Das war auch nicht zwingend notwendig. Und ich glaube, das wird auch nicht zwingend mehr passieren. Wir haben nämlich für die rechte Seite Bakeri Yatta. Und ich weiß natürlich jetzt auch durch meine vergangenen Videos, durch viele Meinungen von euch als Zuschauer, auch als Fans des HSV, dass natürlich Yatta durchaus kritisch gesehen wird. Nicht zwingend als Typ. Er hat ja natürlich auch Bock auf Hamburg. Er hat Bock für Hamburg zu spielen. Aber natürlich rein als Spieler mit seinen fußballerischen Qualitäten, dass man dort schon so ein bisschen die Meinung hat, da könnte vielleicht noch mal einer wie Königsdörfer mehr Chancen bekommen. Aber Tim Walter ist natürlich einer, der Bakeri Yatta unglaublich schätzt. Und somit bleibt es erstmal bei dieser Konstellation. Yatta Startelf, Königsdörfer Backup. Aber ich denke mal, der ehemalige Dresdner, der will mehr spielen, der muss auch mehr spielen und wird vielleicht dann auch in der Vorbereitung Chancen bekommen, die er vielleicht dafür nutzt, auch Yatta auf dieser Position zu verdrängen. Königsdörfer kann aber natürlich auch auf die linke Seite rutschen. Und dort ist Jean-Luc Dompet natürlich auch weiterhin gesetzt. Im letzten Sommer gekommen, eine gute Zweitligasaison gespielt. Auf jeden Fall ein guter Mann für die Mission Aufstieg. Und dahinter hat man ja Levin Elstunali geholt. Klar, gelistet ist er als zentraler Mittelfeldspieler. Hamburg plant ihn wohl hauptsächlich auf den Flügeln ein, aber eben auch, wie vorhin angerissen, als Alternative im Zentrum oder sogar auch mal auf der Position des rechten Verteidigers. Und klar, Elstunali, Enkel von Uwe Seeler, hat natürlich vielleicht von manchen Seiten einen gewissen Druck von außen mit dabei, aufgrund seiner Historie, aufgrund seiner Familiengeschichte. Aber rein sportlich gesehen ist das auch einfach ein Transfer, wo ich sagen muss, das ist einfach gut. Weil du holst Elstunali, der die letzten Jahre in der Bundesliga unglaublich viel Erfahrung gesammelt hat, ablösefrei. Natürlich hat er bei Union Berlin zuletzt keine große Rolle mehr gespielt, aber mit seiner Flexibilität, mit dem, was er einfach mitbringt und sicherlich auch mit seiner Lust auf den HSV, passt das einfach unglaublich zusammen. Und ich finde schon, dass Hamburg auch hier die richtigen Schlüsse aus der vergangenen Saison gezogen hat. Denn wenn man sich mal die Ersatzbänke auch in den vergangenen Wochen der Saison so angeschaut hat, ist das schon aufgefallen, da waren super viele junge Spieler mit dabei. Also Walter fehlte eine gewisse Kaderbreite. Und durch solche Transfers wie eben Elstunali, wie Ramos, da machst du einfach schon wirklich eine richtig, richtig gute Aufgabe, um genau dort einfach auf der Bank auch nochmal mehr Qualität zu haben. Elstunali ist sicherlich kein Spieler, der aktuell so eingeplant ist, dass er 20 Score-Punkte beisteuert und 34 Spiele von Minute 1 bis Minute 90 macht. Vielleicht macht das, aber vielleicht macht das auch nicht und auch dann ist es nicht schlimm. Weil damit hat man einfach deutlich mehr Möglichkeiten in der Mannschaft, deutlich mehr Qualität auf der Bank und doch das musste man einfach auch machen. Im Stummzentrum bleibt natürlich dabei, dass Robert Glatzel gesetzt ist. Auch bei ihm war natürlich der Verbleib nicht sicher, war ähnlich unsicher wie bei Reis. Auch er hat sich für den HSV entschieden. Und auch das ist natürlich eine richtig, richtig gute Entscheidung für Hamburg. Dahinter haben wir Andras Nemet im Winter schon geholt als jungen Backup. Auch mit ihm hast du im letzten Winter schon wenig bis gar nichts falsch gemacht. Und somit seht ihr, ich habe auf jeden Fall sehr viel Lob übrig für den HSV, wie sie bis jetzt aufgestellt sind. Denn wenn man mal darauf blickt, dass Hamburg individuell vielleicht sogar den stärksten Kader hat, ich klammer jetzt mal ganz bewusst Hertha BSC aus mit Spielern wie Luke Bakio, Serdar, Tuzar, die sicherlich nicht in der zweiten Liga bleiben. Deswegen im Verhältnis dazu sehe ich Hamburgs Kader individuell am stärksten. Man hat wirklich tolle Neuzugänge getätigt mit Taziganunic und Ferai. Zwei, ich würde mal sagen, Qualitätsspieler mit Ramos und auch erst recht Elsonali. Zwei sehr gute Spieler für die Breite. Und man hat einfach diesen festen Stamm komplett beibehalten können. Man hat keinen einzigen Leistungsträger oder Stammspieler verloren. Über Sonny Kittel kann man streiten. Mal Top-Leistungen, mal nicht so gute Leistungen. Ferai wird ihn sehr, sehr gut ersetzen können, wenn nicht sogar direkt besser. Und deswegen habe ich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl für den HSV. Zugegebenermaßen, ich habe eine gewisse Sympathie für den Verein. Ich hatte auch in den vergangenen fünf Jahren ein gutes Gefühl gehabt. Aber dieses Jahr hat man natürlich vielleicht sogar erneut, wie man es auch in der vergangenen Saison schon gesagt hat, den besten Kader überhaupt. Im Verhältnis zu den Vorjahren, nur in einem eigenen Vergleich mit dem HSV vor zwei, drei, vier Jahren. Und trotzdem muss man natürlich auch vieles richtig machen. Da gehört natürlich auch zu, dass ein Tim Walter vielleicht nicht ganz so stur an seinem System festhält, je nach Gegner, je nach Ausrichtung. Und dass eben auch das Thema Außenverteidiger nochmal beleuchtet wird. Weil ich bin schon der Meinung, wenn du dann wirklich top, top, top aufgestellt sein willst, dann braucht es noch auf links und auf rechts eigentlich eine Verstärkung. Auf der defensiven Mittelfeldspielerposition will man natürlich auch nochmal was machen. Also die ersten zehn Tage des Transferfensters, kann man ja jetzt sagen, sind schon mal richtig gut verlaufen. Man hat frühzeitig schon eine erste Elf auf jeden Fall da. Plus sehr, sehr gute Backup-Spieler. An der einen oder anderen Position gibt es noch ein bisschen was zu werkeln. Und dann sieht es schon richtig gut aus für die Zweitliga-Saison. Und ich traue Hamburg den Aufstieg auch auf jeden Fall zu. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr, wie sieht Hamburgs potenzielle Startelf aus? Welche neuen Spieler braucht es dafür noch? Und was denkt ihr, kann Hamburg aufsteigen, ja oder nein? Ansonsten könnt ihr auch mal gerne eure Meinung zu diesem Format in die Kommentare schreiben. Eben auf die potenziellen Startformationen der Erst- und Zweitligisten draufzuschauen. Macht natürlich erst dann Sinn, wenn auch im Kader schon ein bisschen was vorhanden ist. Beispiel Hertha würde noch nicht ganz so viel Sinn machen. Beispiel Bayern München auch nicht, weil man dort ja noch zwei, drei Topspieler holen will. Aber sicherlich sehr interessant, dort mal ganz gezielt auch auf die verschiedensten Positionen draufschauen zu können. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.